Servus miteinander und herzlich willkommen in Teil 3, wo es darum geht, wir bauen uns unsere eigene Cloud-Infrastruktur in der Hetzner-Cloud auf. Ich lege direkt die Folie auf, dann wissen wir auch, worüber wir reden. In den letzten beiden Teilen haben wir dieses gesamte Netzwerk hier vorne von der Fritzbox. Sie steht ja hier neben mir, dieses olle Dingen aufgebaut. Mein PC, so wie er jetzt gerade war hier steht, ist wirklich nur rein über dieses kleine schwarze Kabel hier mit der Fritzbox verbunden. Sonst habe ich nichts weiter verbunden, sondern wirklich nur den WireGuard-Tunnel in die Hetzner-Cloud, in unsere Infrastruktur, die wir aufgebaut haben. Und bevor ich jetzt mit euch gleich zusammen dieses supergeile Magic von dem Hetzner-Netzwerkzeug erkläre, glaubt mir, es wird wirklich... Ja, man muss es verstanden haben, man muss es gesehen haben und dann wird diese ganze Scheiße, die wir jetzt hier aufgebaut haben, auch wirklich wunderbar funktionieren. Und danach werdet ihr nie wieder irgendwelche großartigen Probleme haben, aber es gibt zwei Kernkomponenten, die man einfach wissen muss. Und da komme ich jetzt im Laufe des Videos drauf zurück. Fangen wir damit an, dass wir einmal alles testen. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr das Ganze nachbaut. Ich habe hier einfach ein CMD-Fenster und ihr seht, im Konstrukt hier hinten mein PC ist das allerletzte, sage ich jetzt mal. Und wir werden jetzt einfach mal testen, bis wohin kommen wir überhaupt. Wir haben ja bisher nur die PFSensen. Server rollen wir uns das gleiche aus. Also, fangen wir an. Ping von meinem PC, 16881, ist ganz normal von meinem PC zum Router, läuft. Danke. Dann das Tunnelnetzwerk, WireGuard, 10.100, 1.2, ist ja glaube ich meine Fritzbox, können wir auch schon mal erreichen. Wunderbar, Daumen hoch. 10.101, 1 ist ja schon die PFSense im Tunnelnetzwerk, da steht's. 10.101, 1 im Tunnelnetzwerk, können wir wunderbar erreichen. So, jetzt weiß ich ja schon, wir kommen ja sogar schon einen Step weiter, wie wir das letzte Mal getestet haben. Denn wir kommen ja sogar schon bis ins Netzwerk rein, was oben in der Cloud gehalten wird, nämlich dieses 10.100, 0. Und da hat die PFSense ja die 2, also wollen wir die auch schon mal anpingen. Ping, 10.100, 0.2 hat die PFSense, können wir auch schon mal erreichen. Jetzt kommt eine kleine Fiesigkeit, ich weiß gar nicht, ob das selber geht, werden wir jetzt testen. Ich ping jetzt mal das Hetzner Gateway an, okay, zufälligerweise antwortet es mir auch. Das macht es zwischendurch irgendwie nicht, keine Ahnung, aber dieses Mal hat es getan. Das heißt also, wir kommen sogar schon bis zum Hetzner Gateway. Heißt also, frei übersetzt jetzt für euch da draußen, von meinem PC über die Fritzbox, über die Side-to-Side-VPN-Verbindung in die PFSense, kommen wir jetzt schon mal rein und können kommunizieren. Und jetzt kommt einmal das Allerwichtigste, was ihr dabei immer wieder vergesst, das ist die Konfiguration, wie sie auf einem nackten PC funktioniert. Das heißt auch, nehme ich jetzt mein Handy und hänge mich hier in mein dusseliges WLAN rein, einfach in mein WLAN von dieser Fritzbox, kann mein Handy dasselbe wie mein PC, weil es gibt nämlich keine Routen hier bei mir halt eben auf meinem PC. Okay, das zeige ich euch auch, einfach mal mit einem Root-Print, da seht ihr jetzt, dass hier nichts drinsteht von wegen 10.100, 10.101, sondern der schiebt halt alles über seine Default-Route raus zur Fritzbox und die kümmert sich halt eben routingtechnisch dann darum, dass die Pakete auf die andere Seite kommen. Das heißt für euch auch da draußen, wenn man das einmal eingerichtet hat, müsst ihr euch um beiden keinen Clients mehr darum kümmern oder sonst was, dass das läuft, denn das Ganze übernimmt halt eben hier euer Router, so wie es sein soll. So, und jetzt kommen wir so ganz langsam zum Eingemachten. Das heißt, wir haben das ganze Thema jetzt hier vorne alles erledigt. Das heißt, wir wollen jetzt unsere erste Maschine hier vorne ausrollen, wo wir einfach vielleicht einen Docker drauf installieren. Was wir darauf installieren, kommt eh irgendwann im nächsten Video. Aber jetzt kommt erstmal das große, große Thema, wie kann ich denn dort kommunizieren? Denn eine Auffälligkeit ist schon da. Ich versuche es mal ganz nah ran zu scrollen, ganz nah ran zu scrollen. Könnt ihr das erkennen, was da steht? So sehen die IP-Adressen in der Hetzner-Cloud aus. Es sind alles Adressen, die heißen, glaube ich, Host-Adressen oder sowas, oder ja, Host-Adressen, alles slash 32. Und das ist jetzt so little magic halt eben von der Hetzner-Cloud. Ich habe dafür hier unten mal eine Kleinigkeit noch vorbereitet, wie man sich halt eben denken würde und wie es halt eben in der Hetzner-Cloud halt eben abläuft. Das ist bei Hetzner aber fast überall so an allen möglichen Stellen, dass das Ganze so gemacht wird. Ihr werdet gleich natürlich das alles in Live sehen. Das ist jetzt die Theorie. Ihr kennt das alle. Ihr habt einen PC an irgendeinem Switch dran, habt einen anderen PC an demselben Switch dran, OSI-Schicht Layer 2. Ihr könnt ganz normal kommunizieren über eure, ja, IP-Adressen, aber es wird nichts geroutet. Es wird halt eben alles geswitcht. Und so würde man sich das vorstellen, würde das jetzt überall laufen. So eine Kiste hier zum Beispiel, macht das. Die kann natürlich auch routen, keine Frage. Aber im Endeffekt hier hinten über die Ports wird ganz normal geswitcht. Und das macht auch einen Switch. Und so würde man auch meinen, wenn die PCs im selben Netzwerk drin sind, würden die switchen. Ja, aber nicht bei Hetzner. Da sind das alles Host-Adressen slash 32. Und da wird das Ganze geroutet. Und deswegen habe ich es ja schon tausendmal in den letzten zwei, drei Videos gesagt, haben wir hier einfach bei Hetzner immer wieder, hat, also in allen möglichen Netzen, hat Hetzner die Obermacht und die Oberhand und hat halt eben die Eins in ihrem, ja, in ihrem Adressraum oder in deinem Adressraum als Gateway. Und jegliche Kommunikation läuft über dieses Hetzner-Gateway. Und das macht die Sache nicht ganz einfacher. Da kommen wir jetzt aber zu. Wir leiten uns jetzt einfach mal nach und nach dahin durch. Unsere PfSense kommen wir gleich zu. Als allererstes gucken wir jetzt mal ganz kurz in unseren Netzwerk rein. Und da haben wir ja schon dieses Cloud-Netzwerk und da haben wir die PfSense drin. Und jetzt gibt es hier einen ganz, ganz wichtigen Point. Und das ist der Point Routen. Und weil ich ja gerade gesagt habe, die Kiste hier bei Hetzner, beziehungsweise die Netzwerke bei Hetzner, Routen, ist das nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir in Teilen, in unserem Fall ist das jetzt gleich relativ einfach, weil wir einfach eine Default-Route setzen, müssen wir halt eben Routen und dann zwar auch alles. Und deswegen gibt es hier diesen Menüpunkt Routen hier oben. Ich weiß, hört sich jetzt sehr, sehr kompliziert an. Ihr werdet jetzt aber gleich sehen, wieso, weshalb, warum. Wir fangen vorne an. Wir rollen uns jetzt einfach eine neue Maschine aus, wo nachher irgendwie unser Docker draufkommt. Was spielt doch erstmal keine Rolle. Es geht jetzt erstmal hier um die Netzwerkthematik. Wir sagen jetzt einfach Falkenstein. Wir sagen jetzt einfach Debian. Wir behalten hier die kleine einzelne Kiste. Mehr brauchen wir sowieso nicht. Und wählen jetzt schon mal aus privates Netzwerk und wählen die öffentlichen IP-Adressen weg. Wo haben wir ja gesagt, wollen wir nicht mehr. Wir wollen ja zukünftig unsere Kommunikation. Hier komplett über die PF-Cents steuern. Und wir wollen jetzt ja sogar das Geld sparen mit den öffentlichen IPv4 und IPv6-Adressen. Obwohl IPv6-Adressen sind kostenfrei. Wir wählen unseren Key aus. Brauchen sonst gar nichts. Interessiert mich alles nicht. Name ist mir jetzt gerade auch erstmal egal. Denn hier geht es wirklich um das Netzwerk. Und das ist wirklich absolut wichtig, dass ihr das Thema versteht, wie dieses ganze Netzwerkthema da jetzt funktioniert. Erste Problematik, wo wir jetzt stehen. Ihr seht ja schon, die Kiste ist jetzt gleich fertig. Sie bootet jetzt gleich. Dann wird es hier vorne grün. Wir kommen jetzt an die Kiste gerade so überhaupt gar nicht ran. An die 10100-03. Und wieso kommen wir da nicht ran? So, jetzt wurde ich gerade angerufen. Wieso kommen wir da nicht ran? Ja, weil dahin nichts kommuniziert und überhaupt keiner mit niemandem irgendwie kommunizieren kann. Geschweige denn, diese Kiste kommunizieren kann. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Jetzt werden wir hier für diese Kiste eine ganz, ganz tolle Sache einrichten. Und das ist im Endeffekt die Route. Denn standardgemäß muss die Kiste ja eigentlich auch über ihr normales Netzwerk ruten. Was ist jetzt ihr normales Netzwerk? Dieses Cloud-Netzwerk. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal hier gnadenlos eine Default-Route setzen. Ignoriert die Meldung da unten. Einfach ignorieren. Einfach nicht lesen. Der sagt einfach nur, dass diese Route nicht in eurem Netzwerk ist. Und wir tragen jetzt hier ein. 0000 slash 0. Heißt also, egal wer, egal wie, wo, irgendwie, was auch immer, aus welchem Wege auch immer, wo auch immer her, kommuniziert, soll jetzt kommunizieren über unser Gateway namens pfSense01 mit der IP-Adresse 10.100.02. Das heißt, wenn irgendein Client jetzt in dem Netzwerk hier, was wir hier gerade in dem Cloud-Netzwerk aufbauen, und egal wohin der kommunizieren will, der geht dann jetzt über die pfSense. Und das ist ja das LAN-Interface. Gucken wir uns an. Status Interfaces 10.100.02 von der pfSense. Das heißt, mein Traffic kommt jetzt erstmal auch natürlich dort an, weil wir jetzt im Hetzner-Cloud-System gesagt haben, alles klar, liebe Maschine, wenn du irgendwie kommunizieren willst, da, bitteschön. Bitte alles über die 10.100.02. Das war jetzt schon mal der erste wichtige Teil. Jetzt sind wir schon so weit, mach ich jetzt gleich auch mit euch, dass wir von unserem PC hier aus ganz normal auf die Maschine drauf kommen. Die Verbindung ist ja da, da zeige ich euch jetzt auch. Aber es gibt jetzt gleich eine kleine Verbindung, die einfach noch nicht funktioniert. Und das ist so ein bisschen Little Trick 17, um der Kiste gleich auch Internet zu geben. Aber eins nach dem anderen. Ich öffne jetzt einfach mal meinen Putty und gebe jetzt hier ein. Die Maschine hat ja 10.100.03, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken. 10.100.03. Kann ich mir ja kopieren. Einfach einfügen. Ihr seht schon, ich kriege eine Meldung. Wir wissen ja, mein SSH-Public-Key haben wir ja eingefügt. Das heißt, wir können uns auch einloggen. Und jetzt kommt der kleine Magic, wo ihr erst mal sagt, hey, wir haben doch gerade was eingetragen. Ping 1.1.1.1. So, da geht gar nichts. Wir müssen nämlich jetzt noch zwei wichtige Sachen machen. Die Kiste kennt kein Internet. Wieso kennt die Kiste kein Internet? Weil wir ihr erst mal von Hause aus kein Internet gegeben haben. Wir haben ja eben gesagt, wir wollen keine IPv4 und wir wollen keine IPv6-Adresse. Also geht Hetzener mit der Maschine auch hin und gibt ihr halt eben keine Default-Rule. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1.1.1 anpingen möchte, sagt unsere Maschine hier, äh, äh, ich habe keine Ahnung wohin, weil ich habe nur die Netzwerk-Dinger da und ich kann nicht ins Internet. Also müssen wir der Kiste erst mal eine Route geben und sagen, alles klar. Und jetzt kommt das erste Mal. Ihr müsst euch das erste Mal nachdenken. Wohin würdet ihr jetzt die Route setzen? Als auf die PFSense oder auf das Hetzener Cloud Gateway? Denkt mal kurz nach. Auf die PFSense oder auf das Hetzener Cloud Gateway? Was habe ich euch eben gesagt? Alles läuft über dieses Hetzener Cloud Gateway. Ich sag ja schon, wenn ich irgendwann mal einen Hetzener-Netzwerk-Typen in den Finger kriege, ich werde ihn fragen. Das muss irgendwann anders werden. Das muss wirklich irgendwann anders werden, weil das macht die Sache echt nicht einfacher und das wird mit Sicherheit abschreckend sein für den einen oder anderen. Die müssen irgendwann da Layer 2 reinkriegen, sonst tun sie sich wahrscheinlich auf dem Markt schwer. Das ist nur schon mal so. Wenn einer von Hetzener das jetzt gerade sehen solle, der mir das vielleicht erklärt und hoffentlich mir auch noch sagt, irgendwann kommt OSI Layer 2 sozusagen mal dazu, ruf mich an. Meine Telefonnummer steht hier überall. Ruf mich an. Sprecht mit mir. Dann kann ich mit meiner Community reden. Okay? Gut. Gehen wir zurück. Wir müssen eine Route einrichten und dann müssen wir gleich noch eine Little Magic auf der PFSense machen und dann sind wir soweit fertig. Also, die Maschine kann nix. Die Maschine hat kein Internet. Der Maschine müssen wir jetzt erstmal sagen, wo geht es in Richtung Internet hin? Also, IP Route at Default, einfach Default Route, wenn man nicht weiß, wohin, dann immer zum Default und dann sagen wir einfach Wire 10.100 0.1. Bitte wieder zum Hetzener Gateway, nicht zur PFSense. Denn das Hetzener Gateway weiß, es geht halt eben dann zur PFSense, weil das haben wir ja in der Route gesetzt. Fügen wir es einfach hinzu, der labert uns auch nicht voll mit irgendeiner Meldung, sondern er sagt einfach nur, jo, alles klar. Ich kann jetzt wieder pingen. Wir sind noch nicht fällig, weil da kommt nämlich jetzt gleich wieder dieses Hetzener Spezialthema. Ping. Es geht nichts durch. Ich kann euch aber jetzt schon mal versprechen, das Paket kommt bei der PFSense an. Ich zeige euch das auch, damit ihr auch seht und das so ein bisschen nachvollzieht, was da jetzt passiert. Das Paket kommt jetzt bei der PFSense an. Das können wir testen, indem wir einfach über Diagnose, ich sage es mal auf Deutsch gehen, Packet Capture, sagen dann jetzt einfach mal LAN-Netzwerk und sagen jetzt einfach mal, wir wollen alles mitschneiden, wenn irgendjemand auf die 11111 kommunizieren möchte und sagen hier einfach mal Start. Dann passiert hier erstmal gar nichts und wir gehen jetzt hier nochmal hin und triggern ihn jetzt nochmal an, einfach damit einfach mal ein ICMP-Paket versendet wird. Und jetzt sagen wir mal Stopp. So, und jetzt kommen wir mal runter. Und was seht ihr jetzt? Da seht ihr jetzt eine schöne, einsame Kommunikation, dass mein Host, die 1010003, diese Kiste hier, möchte jetzt zur 111 kommunizieren. Das macht er auch. Dieses Paket nimmt er auch und schmeißt da raus ins Internet. Das kommt wahrscheinlich sogar irgendwie wieder an. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber da wir halt eben ein wichtiges Thema jetzt haben und das ist das Thema Nothing. Und Nothing macht eigentlich die Fritzbox, ach die Fritzbox, sag ich schon, die PFSense von alleine, weil sie ist ja schlau. Und jetzt kommt wieder die Hetzner Spezialität. Weil Hetzner uns ja, jetzt müsst ihr euch kurz die Füße festhalten, weil Hetzner uns ja hier eine Host-Adresse zuweist. ne, slash 32, kennt die scheiß Fritzbox, ach die scheiß Fritzbox, die PFSense, das Netzwerk nicht. Die kennt nur ihre eigene kleine IP-Adresse. Die kennt das Netzwerk 101000, kennt die quasi nicht. Kennt die wirklich nicht. Zeige ich euch, wenn wir hier unter Routen gehen, steht hier 1010000, slash 16, ja, ja, aber sie kann trotzdem nichts machen, ins Internet rausrouten, weil wir haben kein NAT. Und das ist das, was man einfach so ein bisschen wissen muss. Im Outbound NAT steht da jetzt nichts drin. Das heißt, wenn wir von unserem 1010000 kommen oder 03 kommen, dann sagt die Kiste, ja, schicke ich los. Ja, ist aber kein routingfähiges Paket, also kein im Internet routingfähiges Paket. Das heißt, wir müssen diese Regel hier hinzufügen, weil die PFSense kann es einfach nicht wissen. Zum Glück müssen wir das nur einmal machen und zum Glück müssen wir das nur einmal wissen. Danach haben wir nie wieder Probleme, weil wir es einmal eingerichtet haben, aber wir müssen es einmal gemacht haben. Also, dann schalten wir im Endeffekt hier um auf Hybrid Outbound NAT. Das heißt immer noch, der macht alles automatisch, aber wir können ihm halt eben zusätzlich hier ein paar Netze hinzugeben und das machen wir jetzt. Einfach Add klicken. Wir sagen, das Warninterface soll im Endeffekt genattet werden. Dann Protokoll ist uns scheißegal, Netzwerk 10.10000 slash 24 Destination ist mir scheißegal, Address, Interface, Address, Passed, Save. So, Apply Changes. Jetzt haben wir nichts anderes gemacht, als dieses eine Netzwerk hier, dieses eine Netzwerk hier unten quasi in diese Regel mit hinzugefügt, sodass jetzt halt eben auch die Pakete aus diesem Netzwerk über das Warninterface genattet werden. Das heißt, kommt meine Maschine jetzt hier mit dieser 10.0.3, dann wird die halt eben Outbound mäßig genattet. Wie testen wir das Ganze an der besten? Einfach mal mit einem Ping, würde ich sagen. Gut, einfach mal Ping, 1111 und go for it. Und schon haben wir eine Kommunikation über die PFSense raus ins Internet. Ich lasse das einfach mal laufen. Wir können es ja mal testen, ob das geht. Ich kann das hier, glaube ich, irgendwie disablen. Ich gehe jetzt mal hier hin und sage mal Edit, Disable this rule. Einmal Save klicken, einmal Apply klicken. Kann auch sein, dass er trotz, ne, ist tot. Da seht ihr schon. Also ist, ne, ach, guck mal, jetzt läuft er wieder weiter. Das ist hier manchmal mit irgendwelchen Laufzeitsachen. Also wenn ich ein Ping neu starte, dann geht es nicht mehr. Keine Ahnung, da hängt sich wahrscheinlich in irgendeiner Session drin oder kennt er noch. Das ist immer so manchmal PFSense, aber ihr seht, danach geht es halt eben nicht mehr. Wenn ich es dann jetzt wieder aktiviere, ganz normal, ich sage hier wieder ab, Edit, sagt hier Enable this rule, Save, Apply changes und wir das Ganze jetzt wieder neu starten, steht da. Das ist ja genau andersrum. Also wenn wir es jetzt enabled haben, macht das auch nicht sofort. Er muss es einmal machen und dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt kommen wir zumindest schon mal raus. Und bevor jetzt der ein oder andere gleich rumholt, dass er keine Pakete bekommt, also keine Update-Pakete beim Debian, wenn wir halt eben kein öffentliches Interface hinzufügen, geht auch die Kiste hin und packt kein Resolver rein. Ganz wichtig, das muss man sonst, sucht ihr euch wieder einen Toten. Also einfach mal in etc.resolve.conf reingucken, da seht ihr, da steht nichts drin. Wir gehen jetzt einfach hin, Nameserver, Cloudflare, nehmen noch einen Nameserver mit einem bisschen Google hinzu, sagen Speichern und dann können wir mal ein schönes, braves Update sagen und schon seht ihr auch, alles funktioniert, alles läuft, wir haben Internet, wir können ein bisschen Updates machen. Wir machen jetzt auch die Updates, damit ihr auch selber jetzt gleich seht, dass das ganze Zeug über die PFSense drüber geht. Öffnen wir kurz die PFSense, gehen wir auf die Startseite, da habe ich extra mal das Traffic-Fenster hinzugepackt und jetzt gehen wir mal hier hin und sagen einfach mal Upgrade, bestätigen mit Yes und jetzt seht ihr schon, wie hier drüben der Traffic gerade drüber geht. Das heißt, wir prügeln wirklich einfach mal alles über die PFSense drüber und nicht über irgendwelche, ja, Hetzner-Netzwerke, sondern halt eben einfach alles über die PFSense. Gut, er war so schnell mit dem Runterladen, dass wir jetzt hier im Traffic gar nichts mehr sehen, hier vorne, weil er ist schon beim Installieren und das war's, aber naja. Kommen wir zu den abschließenden Worten und dazu nochmal zu diesem Bild. Was haben wir jetzt geschaffen? Wir haben die Infrastruktur komplett geschaffen. Das heißt, wir kommen jetzt von unserem PC bis zu der Endmaschine Docker, ohne dass wir hier irgendwas einrichten wollen, dass wir jetzt Docker ausrollen können und ein Piehole, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir diese komplette Kommunikation hingekriegt haben, ohne dass hier irgendjemand nochmal einen Finger krumm machen muss. Das läuft jetzt alles und das läuft auch alles über eine richtige Firewall, die ganz normal in der Cloud läuft, in einem Cloud-Netzwerk. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine wunderschöne Umgebung in unserer Cloud geschaffen, die wir hier zu Hause nicht irgendwie schaffen müssen, betreiben müssen oder mit teuer Strom irgendwie befeuern müssen, sondern können es halt eben alles dort beherbergen. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie dieses Thema Netzwerk mit Hetzner Cloud so ein bisschen beibringen. Denkt bitte nochmal ganz wichtig daran, wenn ihr Maschinen untereinander kommunizieren lassen wollt in diesem Hetzner-Netzwerk, läuft es immer alles über dieses Hetzner-Gateway. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal weiß und wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, dann ist das in Ordnung und dann weiß man das, aber es bringt trotzdem immer mal wieder... Es ist quasi wie immer einer, der auf dem Gehweg steht und stellt ihr das Beinchen. Und so vergleiche ich diese Thematik, wie diese ganze Netzwerk-Thematik in diesem Hetzner-Thema ist. Es ist halt einfach unschön, aber ich habe ja eben schon gesagt, wenn einer von Hetzner zuschaut, der von Netzwerk Ahnung hat, der einfach mal mit technisch... Ruft mich an. Ganz einfach. Eure Medien- oder Marketingabteilung, habt meine Telefonnummer, einfach anrufen. Euch allen anderen da draußen wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Tschau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020